So Leute, da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Aufgabe, die auf einen Freitag rauskam. Ganz komische Zeit für eine Aufgabe, aber wir wissen inzwischen, Season 7 wird jetzt quasi vorbereitet, was die ganzen UFOs und Haste nicht gesehen reinkommt. Ich bin mal gespannt, was da wirklich letztendlich real ist oder wieder einfach nur in Anführungszeichen von Leakern. Blödes Gequatsche, aber wir geben halt alle Informationen weiter, die wir so bekommen. Denkt dran, wir müssen fünf Funkgeräte abhören quasi. Eins davon zeige ich euch jetzt direkt, das ist das bei Catty Corner. Und die anderen werde ich euch natürlich gleich auch auf der Map zeigen. Keine Panik, aber es reicht ja eigentlich, wenn ich euch das letzte zeige und den Rest kann ich euch ja ohne Probleme auf der Map markieren. So, gehen wir nämlich direkt hier rein, das ist hier oben in der Hütte. Jetzt ist es ja natürlich, seht ihr das? Es muss natürlich ein Wolf davor sein. Zack, gehen wir nämlich hier rein und es ist natürlich erstmal eine Waffe. Naja, ihr werdet als wollen die direkt von mir. Zack, 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 einmal wegholen. So, hier ist auch schon das Funkgerät. Zack, das ist dann das fünfte von mir. So, jetzt muss ich mich nur gerade schnell um den Wolf hier kümmern. Ach, Gegner kommt natürlich auch noch. Zack, noch ein Pick-Achsen-Kill mit Gould. So, ich werde euch das jetzt ganz, würde ich euch das Ganze jetzt natürlich auf einer ganz normalen Karte zeigen. Kleinen Moment. Zack, da sind die ganzen Standorte. Also bei Steamy Stacks, ganz simpel. Das ist ganz oben rechts, da stehen die ganzen Container. Und da werdet ihr das Ganze auch finden. Dann oberhalb, wo dieser Funkturm ist, dahinter ist auch noch, glaube ich, ein Container oder eine Hütte. Und dahinter befindet sich das Funkgerät. Dann bei Stronghold, da ist nur eine Hütte. Und unter dieser Hütte ist dann auch das Funkgerät. Und bei Slurpee ist diese ganz kleine Insel, wo auch zwei Container stehen. Steht auch der Tisch mit dem Funkgerät. Also ganz simpel eigentlich zu finden. Wenn ihr wissen wollt, wo halt genau. Guckt halt wirklich einfach, wo hier die Markierungen sind. Nämlich, ihr dürft nicht vergessen, das eine ist halt hier bei Catty Corner. Ihr seht es gerade. Hier ist Catty Corner. Und ich befinde mich oberhalb an dieser kleinen Hütte hier. So, zack, guckt, hier ist Catty Corner. Und da unten ist das Funkgerät. Also auch ziemlich simpel zu finden. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch schon einen schönen Samstag. Und haut herein.